Halli, hallo, hallö schon, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront. Hier sind wieder die... Leute, wie sind die Battlefreunde? Oh, wie geil. Äh, natürlich Battlefield. Ne, Battlefront. Boah. Oh, da, 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 da. Oh, was haben wir denn noch so? Das war so, Battlekalopper. Die Spielerückende Vorwirtschaft. Vor, eh, was. Alter, was ist denn los mit dir? Vorher. Vorher. Vorher er hatte, der hatte die neue Update-Version. Dwar hat er nämlich bringst jetzt alles anders als bei uns. Vorkriegszeit steht er nicht vorher scharf und Bad battlefreunde. Ah herrlich. das ist ja so schön also ich gehe mal auf einladung da komme ich meine eine party rein hältst du davon ja wir starten leider wieder auf der map wo wir gerade waren das heißt keine dritte map und ich hasse diese map aber ist kein problem liebe freunde üben über macht den meister ich denke mal wir werden diese map wahrscheinlich noch eine milliarden mal spielen also von daher macht es ja nichts willst du einen partner kann auch dein partner die karten bei einer primären kartenhand nutzen aha so jetzt wirst du aber mein partner sei dass du gedrückt jetzt wenigstens ich bin gerade im ladebildschirm und ich habe gedrückt da steht johann wüsste aber ja du bist jetzt als erledigen dort soll ich machen das ist schon am spielfeld ich bin jetzt am spielfeld ich kann nicht zu gestorben wo ich doch bedürflich angezeigt ob er das schon mal gut ja ich hab schon eingetätigt ich passe ich spiele so für uns das ist ein bisschen zusammen und das ist ein bisschen zusammen müssen wir sind dann hier ab und da bist du aber das war eine geile Waffe du alter in dem Ende und du musst auf jeden fall das kann ich dir nur empfehlen Achtung links ist einer da in dem geschütz granate hin und weg oder bleibt da bleibt da bleibt mit deckung er hat er schon tot ich wollte es auch tut ne ich lebe noch ich lebe du kannst wieder nicht zu mir porten ich weiß doch ich hätte schon machen können aber ich hab zu früh gedrückt also kam zu spät die anzeige pass auf Onkel du wirst beschossen und zwar Achtung ja ich hab dich gerecht rache rache punkte ich komm du bist wieder nicht ich kann doch ich könnte gestanden okay oh 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 mega krass ja ich habe also jetzt gerade bin ich gut drauf liebe freunde ich glaube ich bin einfach mal ja 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 geh weg mit deiner grünen Glimm Stingel mann weißte ich renne dir auch nix mal mit so nem Feuerzeug hinterher oh man ey mega übel so ich mach jetzt mal eben kurz eine Runde fliegen ja ich möchte einmal wieder die Fighter sein ach nein ich komme du 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 oh yeah baby yeah baby ich bin der T-Fighter des Lebens boah die sind so beweglich die jungs der der Wahnsinn ey unsere Truppen Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Aber ich finde das Ziel schwieriger. Ich will dieser Baby einen Kontrollpunkt übernehmen. Hierher. Lord Vader ist eingefallen. Lord Vader ist da. Mann, stirb jetzt. Ich werde gleich zum Seehund. Ja. Boah, das ist aber echt schwer. Wo wir einzeln gespielt haben, habe ich ja alle abgeballert in der Luft. Aber jetzt? Ich glaube, ich werde sie einfach mal mit verteidigen. Ich werde sie einfach mal ne, willst du schon? Ja, wir müssen ein bisschen anders spielen. Dann läuft es. Ja, ich habe einen abgeschossen. Oder komm, komm, geh kaputt, komm. Ich kriege dich. Ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, wie du fliegst. Du bist du. Ja, ich habe ihn erledigt. Ich bin in der Luft. Ach so, du bist so Oh, da ist wieder. Ich bin shit. Tie Fighter bin ich. Tie Fighter. Okay, wo sind denn die dreckigen Feinde? Man sieht die gar nicht in der Luft, da. Ja, ich bin voll reingeflogen. Und habe mich selbst getötet. Aber egal. Wie lange muss man denn hier verteidigen? Ja, bis das Spielende ist, oder? Aber wir sind eh am Führen. Boah, geil. Wenigstens habe ich jetzt mal einen gekillt hier. Die Runde läuft echt besser jetzt schon, der Tag. Ja, es liegt daran, dass heute die Sonne hat geschienen. So, bitte im Winter. Da ist die Sonne, es ist ziemlich warm draußen. Und da fängt auch der Tag und der gut an. Ich habe ein Truppenschild. Und ein Gegner. Oh mein Gott. Ah, guck mal, was der für Karten hat. So, ich pote mich mal zu dir. Hallo. 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 Ich habe hier nämlich hier den Punkt, wo du mich verteidigen. Aber hier kommt keiner. Nee, weil wir schon fast am Gewinn sind. Wenn du auf die Karte guckst, greifen wir gerade an. Deswegen ist da auch nichts. Oh Mann. Ja, ja, oh nein, hinter mir. Ramme Sonne. Ramme Sonne habe ich gekillt. Ramme Sonne. Okay. Oh, oh, oh. Schön, schön, schön gemacht, schön gemacht. Hast rein. Achtung, Hans Solo. Oh nein. Ja, haben gekillt. Boah, 400 Punkte gab es. Boah, das gibt ja. Das gibt auf jeden Fall ordentlich Punkte. Oh, da hinten ist ein AT-AT. Den spiele ich. Ich spiele Robert da. Ich spiele Robert da. Komm, lauf, 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 lauf. Yeah. Hä? AT-AT Power-Up. Okay. Yeah. Ich bin AT-AT. Nee, ATS-T so. Der kleine. Der kleine Dicke. Drücke 4 zum Verlassen. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte nämlich töten. Wir erobern den letzten Kontrollpunkt. Dam-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-dam. Ich bin in einem AT-AT. Ich kann den nicht anvisieren, ey. Das ist ja ärgerlich. Aber jetzt. Ah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Komm. Ich habe das Fahrzeug beschädigt und Punkte bekommen, okay? Ich komme. Ich komme. Ich laufe ein bisschen herum. Ah, der scheiß Jet. Der jagt mich. So, da wollen wir mal ein bisschen aufräumen hier, ne? So, ein paar Granaten in die Luft hin. Ja. Schön. Boah. Also mit einem AT-ST, da bist du echt die Maschine. Ich habe jetzt schon sechs, sieben Kills oder so. Der Wahnsinn. Also die Runde wird auf jeden Fall, äh, bin ich auf jeden Fall oben mit dabei, ja. Oh, oh, ich wurde erfasst von einer Rakete, das gefällt mir aber gar nicht. Sieg! Ja! Und Rang 4 schon erreicht, direkt im Sieg. Guck mal, zehn Kills habe ich. Naja, ist aber eigentlich, dachte ich, eigentlich habe ich immer mehr. Aber das ist ein bisschen komisch. Wird das anders gerechnet? Ne. Ich habe da mehr als zehn Kills gemacht. Ja, vielleicht noch ein paar Assis. Achso, ja, das kann sein. Assis. Alter, der Jazz for Devil hat da überall, ist der dabei, ey. Wahnsinn, was ist denn das für ein Killer, ey? Der schläft wahrscheinlich auf der Stühle. Hätte ich schon ein bisschen besser gelaufen, aber wir müssen, ja, wir müssen, ja, wir müssen ein bisschen in das Ding reinkommen. Ja, taktisch, taktisch, ja. Also nicht einfach sinnlos reinlaufen, sondern wirklich erst mal zusammenbleiben, das ist ganz wichtig, habe ich jetzt mitgekriegt, zusammenbleiben. Hm. Ja, und vor allem, äh, dann hast du durchkämpfen, bis man irgendwas erreicht und dann... So, jetzt gehe ich kurz auf Freischaltung, meine lieben Freunde, ich habe noch ein bisschen Geld und dann kann ich mir... Ion-Torpedo kann ich mir noch kaufen. Cool, ich weiß doch nicht, was das ist. Ja, das ist das, wo du diese Art, diese großen Objekte kaputt machen kannst. Ah. Brauche ich gar nicht, oder? Na ja, zum Beispiel. Sag mir, wenn du draufklickst, aufs Beitreten. Achso, da habe ich keine Karte. Äh, ich komme. Ich klicke jetzt auf Beitreten. Jetzt habe ich draufgeklickt und es geht in 30 Sekunden. Wenn du sagst jetzt, dann drück doch bitte auch jetzt drauf. Habe ich, habe ich ja. Ne, du hast ja gesagt, jetzt hast du draufgedrückt nach 10 Sekunden. Ne, ich bin jetzt drauf. Papa, 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 ja, ich bin bei dir. Geil. Hey. Ich kann aber nicht schießen. Oh, du hast die geile Kühne. Ne, du bist ja auch noch. Du bist ja auch noch im Dingsmenü, in der Vorbereitung. Ey, der ist in mir gelandet, der Typ. Geh weg mit deinem hässlichen Helm. Ich habe ein richtig schlechtes Kühne. Rechts und links. Wir gehen jetzt da hinten lang, durch die Spalte. Du bist so blöd. Rechts und links. Da hinten durch die Spalte, da hinten lang. Also nach rechts. Das war rechts. Ne, stopp, andere Seite. Da sind die Gegner. Wir rennen aus dem Schlachtfeld. Okay. Ja, aber dann komm nach links hier, komm. Wie links? Müssen wir an die Stahllagen, wo die alle hinrennen. Ja, einer muss vorlaufen. Ich kann halt, ne, wenn wir beide entscheiden, dann rennen wir immer verkehrt. Also, ich renne dir jetzt hinterher, du bist der Gruppleader. Ich bin Bob, der Baumeister. Ich würde sagen, wir gehen oben in den Turm rein hier. Komm mal her. Hier oben ist ein Turm. Komm mal in den Turm. Da hinten kommen die nämlich. Komm, wir gehen in den Turm. Wir können aber nicht zu zweit in den Turm gehen. Doch. Der eine bleibt dahinter stehen und schießt mit Granaten. Ja, ja. Ich mach euch alle, alle, alle. Oh Gott, ich hab keinen getroffen, ey. Ja, jetzt hab ich einen getroffen. Super, noch einen. Okay. Achtung, ich helf dir. Ja. Schön. Kein Wunder, dass wir immer sofort sterben. Die Türme, die machen ja unendlich Schaden, ey. Ja, wieder eingetötet. Boah, ist das krass, ey. Ja, wieder eingetötet. Und wieder eingetötet. Boah. Ja, Leute. So langsam hab ich und Onkel es raus. Wir werden bald die Galaxie befreien von den Abschaum hier. Mann, das ist ja voll easy in den Turm. Dann fühl ich mich schon richtig schlecht, weil ich die alle abmurkse. Jo. Nein, verlieren die nicht, weil ich hier im Turm sitz. So, gehen wir raus, oder was? Ich glaub, da kommt keiner mehr. Kannst auch mal reingehen, wenn du willst. Ist voll geil. Anvisieren, abdrücken, zwei Schuss, einer tot. Geh mal vor, Onkel. Schön. Du knallst deine Arme und sagst, wenn sie alle weg sind. Ah, okay. Okay, auf den Luftdingen hab ich nicht geballert. Da oben ist Boba Fett auf dem Turm. Ich hoffe, du ballerst den ab. Kann ich nicht auch noch mit rein? Nee. Ich konnte grad vier deuten. Warum? Da hinten laufen noch ein paar. Boah, die Waffe zieht so unendlich nach oben, ne? Das ist grauenhaft. Dann schauen wir auch mal hinter uns, ne? Nee, da kommt ja nix, weil da ist ja nix. Wand. Leer. Kein Spielfeld. Aber wir werden von da ganz hinten beschossen. So, ich werf mal eine Granate aus Spaß. Da oben haben wir einen Hügel. Krieg ja noch nicht mal einen Assistant, weil die so weit weg sind. Da ist Boba Fett. Achtung, Boba Fett ist hinter dir. Rechts, 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 rechts. Runter. Guck runter. Direkt hinter dir. Ich kann nicht so weit runter gucken. Achso, scheiße. Der hat mich weggeholt. Ja, ich komm wieder zu dir. Der kleine Boba Fett, der kam an und hat mich einfach nur gekillt. Der hat mich einfach... Boah, schon wieder, ey. Was hat der Boba Fett gegen mich? Was hab ich ihm denn getan? Was brauchst du nicht bei mir? Weil es nicht geht. Du bist nicht angezeigt als Partner. Versteht? Du bist nicht verfügbar. Keine Ahnung, was das für ein komisches Zeug sein soll. Vielleicht gibt es auch noch eine extra Einstellung, dass man sich partnerisieren kann oder so. Wir haben doch schon. Oh, scheiße, jetzt kommt ein großer ATS-Theorie, wie die Dinger heißen. Ja. Nicht so gut. Ist ja schön, wenn du mal zu mir kommst, Edis. Was? Wenn du mal zu mir kommst. Ja, ich muss mich ja auch durchkämpfen. Wir sind zufällig ein paar Gegner, die gerade Lust und Laune haben, mich zu töten. Boah, ich hab schon wieder eingekillt. Yeah. So, Granate kommt. Putze, Gönette. Putze, Gönette. Komm, stell den hin, da. Sie haben nur noch einen Kontrollpunkt. Wir haben nur noch einen Kontrollpunkt. Aber wir sind echt gut, ey. Ich glaub, das liegt echt gut an uns, ja. Das ist das Ende von Boba Fett. Und den Boba Fett hab ich gekillt. So, ja, das war's. Komm. Du, ja, alles aus dem Gerät. Boah, krass, krass, krass. Ey, als würde man, als würden wir andere Spieler sein, ne? Wir haben, in den einen Part haben wir so abgeloost, und jetzt in dem hier rasten wir voll aus, ey. Naja, ich sitze so schön. Ich sitze so wirklich die ganze Zeit hier an dem Gerät nur drin. Und dafür ist es ja da, ne? Ja, ja. Oh, ich hab grad eins zu Tode erschreckt. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Leute, Leute. Ich bin jetzt auch mal zu Fuß unterwegs. Vielleicht willst du wieder abkacken. Na, ich krieg grad ordentlich auf die Fresse. Gefällt mir überhaupt nicht. So, schön, Granate hin. Granate kommt, Granate kommt. Wir waren nur da vorne, okay. Jawohl. Ja, ich wurde erschossen. ATL ist zu. Ich komm zu dir. Ich kann mir nicht porten. Das müssen wir unbedingt klären. Wir müssen unbedingt die Situation klären. Lass mal da mal ordentlich zueinander spawnen, ey. Was mach? Naja. Stier, hab ich gesagt. So, jetzt kannst du wenigstens wieder zu dir um. Nee, ich kann nicht zu dir. Ja, wir haben die Oberhand, Leute. Schon wieder eingetötet. Oh, oh, oh. Nein, nein. Ah, okay. Da konnte ich jetzt nix machen, liebe Freunde. Das waren zu viele. Ich komm, ich kann jetzt auch wieder zu dir. Ja, ich bin hinter dir. Cool. Jetzt geht's auf einmal. Ah, das ist ein bisschen merkwürdig. It's so beautiful. Merkwürdig. Oh, du sehr Drecksack, ey. Da bin ich gerade reingerannt. Ach, ich bin ja Rebell. Ich bin so ein Arsch. Ich renne gerne an den Zuladen vorbei. Ja, ja. Man sollte schon wissen, zu wem man gehört. Der Oggel. Ja, ich bin über die Waste. Inzwischen ist im Bärium gemogelt. Und die merken das gar nicht, ey. Die haben sehr lange gebraucht, bis sie mich abgeknallt haben. Oh, zwei Stücke gekillt. Ey, da rennt einer an mir vorbei. Was ist denn mit dem kaputt, ey? Der ist gerade... Oh, hinter mir sind gerade drei Stücke gespawnt. Aber ich bin wieder bei dir. Das ist so schön. Ich bin bei dir. Das ist so schön. Das steht echt da. Lassen wir uns mal zusammenbleiben. Oh, wir haben schon gewonnen. Erobere alle Kontrollpunkte in der Folge. Vorschach, Meister. Ich habe 18 Kills. Alter Schwede. Alter Schwede. Durch das Waffending. Ja, ich habe auch so viele gekillt, ne? Aber 18 Kills ist schon ordentlich. Ja, jetzt kann ich mal sagen, das war doch immer schon mal besser. Eine Runde schaffen wir noch. Na, Sia. Boah, jetzt werde ich... Sonst werden wir langsam gut, wir beide. Jetzt werden wir echt... Naja. Das gab jetzt ordentlich Punkte. Das war mal Glück. Einsatzziele, Auszeichnung, Spielbonus. Das kriege ich ordentlich Punkte. Das war mal Glück, mein Freund. Hm? Das war mal Glück. Meine Färche. Ja, muss ja auch mal sein. A little bisschen Glück. Ah, ich habe wieder so eine kleine Uniform an. Und wir sind auf Endor. Da werde ich mal... Oh. Können wir schon? Ne, dauert nur 20 Sekunden. Dann spielen wir mal gucken. Gehe ich mal kurz auf Aussehen. Imperium. Ach, die kosten echt voll viel Geld, wa? Oh Gott, ne, so viel Geld habe ich gar nicht. Ne, ich bin arm. Ich kann mir keine Aussehen leisten. Kann man denn da... So, ich bin auf Beitritt geklickt. Leicht, leichte. Ich gucke jetzt gerade mal, ob wir... Wow. Valmond Endor. Schön. Fahren wir mal ganz kurz durch die Basis. Können wir uns das mal angucken. Erobere den feindlichen Kontrollpunkt. So, pullen wir rein. Verhindere, dass dein eigener Kontrollpunkt erobert wird. Erobere alle Kontrollpunkte. Ist eigentlich immer dasselbe, ne? Erobern, erobern, erobern. Deswegen spielen wir ja Erobern. Hm. Okay, bin da. Geh gleich los. Boah, geile Map, geile Map. Gucken wir mal, ob wir ein paar Ewoks sehen. Ewoks. Hey, der Onkel ist auch da. Uhu. So, jetzt zusammenbleiben. So, ein Rentner. Rentner, solcher. Ja, ich kann dir nur sagen, wenn du in den Kopf schießt, hättest du mal besser einen Helm gehabt. Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass wir jetzt wieder absolut keine Ahnung haben, was uns hier erwartet. Und dann heißt es wieder, dass wir wieder ordentlich abkacken. Baume kippen um. Boah. Boah, da war schon wieder einer hat eine ordentliche Bombe abgelassen. Boah, 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 boah. Au. Junger Skywalker. Nee, nee. Ich kann nicht zu dir spawnen. Aber ich hab... Boah, boah. Hier geht's ab hier. Hier ist gerade einer mit so einem Speed Racer. Volle Kanne. Innen gegen das, äh, gegen diese Geschützturm da gedonnert. Die Bäume fallen sogar um hier. Geht's richtig ab. Da wollte einer hat genau den gleichen Gedanken ab, wie ich, zwischen den Bäumen durch. Und dann ist der auch dahin gekommen. Dann hab ich den schönen Kopf geballert. Ich seh dich, Onkel. Achte, da läuft einer an dir vorbei. Ich versuche ihn aufzuhalten. Ich versuche es. Ich versuche es. Wo denn? Boah. Keine Munition hinter dir. Sag doch mal, dass du, wo da eben sagst. Was musst du sagen, wo da ist? Ich hab hinter dir gerufen. Nee, du hast gesagt, da ist jemand. Da ist... Du hast gesagt, da läuft einer an dir vorbei. Ja, wo? Oh, ich wurde getötet vom Baum oben. Der Blasterkanone. Okay, ich geb nächstes Mal Sache hier, wo der läuft. Weil im Wald ist das grad immer nicht so einfach, jemanden zu erkennen, ne? Ist egal, aber du siehst doch trotzdem einfach hinter mir oder von mir. Ich bin hinter dir. Ja, ja. Ich bin hinter dir. Ja, ja. Du hast zu sein, Anomap. Ja, getötet, die Drecksau. Oh, ja, ich will einen ATSD. Bitte, ich will einen ATSD. Och, der hat mir den weggeklaut. Dreckiger Hobbit. Was, den bleiben wir jetzt mal zusammen hier. Nichts mit ATSD. Ja, Achtung, Achtung. Lass mich nicht immer um den Stich, Alter. Achtung, irgendwo werden wir beschossen. Ich weiß aber nicht, wo. Von vorn. Oh, na, klasse. Skywalker ist on tour hier. Oh, nette Kanone. Nein, von hinten. Schnell, hinter uns. Hinter uns. Hinter uns? Hinter uns. Ja, ja, ich schieße ja schon auf seinen Kopf. Er ist tot. Er ist tot. Dö, 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 dö. Oh, ich wurde erschossen. Scheiße. Oh, da denkst du dir mal, jetzt gehst du mal heimisch durch den Wald. Zack, stehst du wieder vorzunehmen. Was? Wieso habe ich den nicht? Das ist eine Scheiße, ey. Ich mach jetzt mal einer vorsichtig hier. Das ist ja Wahnsinn. Mann, von hinten, ey. Ihr dreckigen Schweine. Kämpft doch mal wie Männer, ey. Von vorne. Luke. Mann. Luke Skywalker hat mich gerade geköpft. Gelasert, oder? Oh, Alter. Hier sind ja alle tolle Leute. Meine Leute rennen auch immer. Meine Leute rennen auch immer wieder. Total Freude strahlen in mein, äh, in mein Schussfeld, ne? Ich kann nicht zu dir porten, das ist scheiße. Ich aber. Bin hinter dir. Orbitalangriff, orbitale Sprengung, orbitale Selbstzerstörung, hier ist alles Orbital. Wo bist du? Ich bin neben dir. Innen. Achtung, Achtung, Leute. Ihr wollt euch wieder gegenseitig grillen, merk ich gerade. Oh, wie schön das alles sieht hier hin. Guck mal auf das Wasser. Oh, geil. Oh, ich will auch baden jetzt, da. Ne, guck mal da hinten, die Häuser. Ja, Endo ist ein mega, wo? Ach, da hinten. Endo ist ein mega geiler Planeten. Achtung, Luke Skywalker. We have a little problem. Der Skywalker ist da. Wo ist der? Ja. Wow. Oh, ich bin tot. Achtung, Rebellen, um dich herum. Wow, war alles toll, ey, alter, alter. Wahnsinn, ja. Okay, ich mach, ich werd jetzt einmal ein Mann sein. Ne, ich verkeh, Mann. Ich geh mal eben ganz kurz hier runter. Und wer dann, hä? Hat der Scheiß, Luke Skywalker, alter. Ich will mehr ein Mann sein, ey, lass uns doch mal zusammenbleiben. Ja, ich bin noch bei dir, du bist ja gestorben. Ne, du wirst weggerannt. Ja, ich bin auch so. Das ist kein Mann sein, das ist Pussy-Scheiß sein. Nein, ich wollte mir das Ding holen, da, den ATS-T-Schiff. Ja, bist du, du bist voll auch Vigo. Aber leider war der schon weg. Ey, was geht denn hier ab? Mann, ich sehe ja keinen dreckigen Gegner, das ist schrecklich. Geht's dir aus, oder was? Na ja. Skywalker! Hm, und der hat mich noch beleidigt. Der hat gesagt, Imperator, ihr seid der Nächste. Okay, ich bin hinter dir. Ich glaub, hier im Berg runter sind einige Gegner. Achtung, da kommen sie. Oh, Skywalker, ich heiße nie. Getötet, getötet, ey. Boah, ey, der geht mir, ey, der gibt's ja gar nicht. Steh'n du bis hinter mir? Ha, ich hab'n Killassistent, weil meine Granate in einen gekiltert hat. Witzig. Ich wüsste jetzt nochmal die Frage, steh'n du bis hinter mir? Ich bin hinter dir. Du musst doch gut gehen. Na, ich hab' nur wie so viele Augen, das glaubst du gar nicht. Achso. Ja, du siehst das ja auf der Karte, der gelbe Punkt bin ich. Also, bei mir bist du der gelbe Punkt. Wenn ich ja am Rumballern bin, dann seh' ich kann ich keine gelben Karte angucken. Ja, wenn du unten auf die Karte guckst. Wenn ich am Ballern bin, kann ich nicht unten auf die Karte gucken. Achso, naja, ich guck' immer drauf. Boah, da werf' ich ne Granate rein. Drei Stück auf einen Haufen. Haha, ihr kleinen Arschkrieche. Oh, jetzt haben sie mich gekillt. Verdammt nochmal, verdammt. Mein Lieblingsplanet gerade, ey, das ist so geil, die Map hier. Man sieht zwar nix, aber man kann die Gegner ja rüchen. Oh, Mensch, ey. Wir haben alles Sniper's. Können mich alle vom Himmel holen. Ich hab' mir mal zu dir gebrodert, oder du bist tot. Toll. Was ist jetzt Ende, Ende der Karte, oder was? Was? Hallo. Was ist denn? Nix, da hat grad nix gemacht. Ich dachte, es ist schon wieder Ende, oder so. Aber jetzt geht's wieder. Mein Gott, nee. Ey, der Joy-Key, der hat mich schon fünfmal gefehlt. Und immer mich. Ich bin grad auf die Welt gekommen und wird direkt abgeballert. In the Welt, in the Welt. No. Also, der Typ, der geht mir echt am Sack da. Das ist, glaub ich, so ein kleiner, äh... Wie heißt das? Camper. Ich sitze die ganze Zeit und warte nur. Sag mal, kann das sein, dass wir unsere eigenen auch auf uns ballern? Ich glaube wohl nicht, dass die uns irgendwas tun. Scheiße, nicht. Müsste nicht ausprobieren. Verlierst du damit, in der Energie? Nee. Ach, du Sau. Genau vor mir hat er aufgetaucht. Oh, Mann. Jetzt fängt's gerade wieder an, scheiße zu werden hier. Ich sag, das war vor uns, das Glück. Ja, die sind gut positioniert, die Jungs. Die sind einfach gut positioniert. Oh, ich hab ne Plaster gewährt. Serie. Oh, die haben ständig den Luke Skywalker. Oh, die haben ständig irgendwie, sind die in unseren Fronten drin. Und der hat mich mit so einer kleinen Pistelpistole kaputt gemacht. Gibt's ja gar nicht. Kaputt, Rebano. Kaputt, hab ich ja gesagt. Nein, du hast kaputt gesagt. Kaputt. Mit Doppel-T am Ende. Ich geh jetzt auf, jetzt reicht's mir. Oh, der Luke, mein Gott ey. Kann nicht killen. Ich bin in dem Gebiet, 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 ich werde hier abgeschossen, scheiße, 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 scheiße. Warum kommt denn hier keiner, warum bin ich denn hier alleine? Ja, Granat hat getroffen Könnt ihr bitte zu mir kommen, ich versuche hier zu erobern Bitte, bitte schnell Ich komme, achso, der hat mir den weggeklaut Schnee, schnee, schnee Ja Wir kontrollieren diese Welt Wir kontrollieren sie Ach, das gibt's doch nicht Was denn? Oh Mann, ey Haben wir das jetzt? Aber wir haben's I don't know Aber wir haben's auch gemacht So, ich stehe immer noch die ganze Zeit Hinter uns kommen die alle Wir übernehmen, nein Ein Kontrollpunkt Wir übernehmen, nein Kontrollpunkt Feuer frei Wir haben alles unter Kontrolle Die Rebellen schießen was hat er mir das ding geklaut drückiger sack jetzt hat er mir das ding geklaut drückiger sack ich war ja eher da so jetzt gehen wir mal weiter ich blick hier nicht wie wir sind nein alter von der seite haufenweise naja klar wenn die alle auf einer ecke fleck spornen dann geht es hier ordentlich ab zur eroberung ne zur eroberung oder zum verlust wo willst du hin äh eroberung ne verlust oder ja dann lass uns rüber ja ich komm lord vader ist da du 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 der leiter der lord vader gleich eine Minute noch das ist hier das gebiet das müssen wir verteidigen ach ach du oh nein pass auf glück skywalker ja der hat uns beide weggelutscht nur mit einem machtstoß soll noch mal einer sagen der leute wenn ich mich nicht also jetzt vermisse ich gerade die gegner hier ist gar keine sau mehr wo sind die feinde der nacht und der wacht erobert ja einen ein haben die noch obwohl ich sehe nix ich hab ne bombe den detonat detonator ach jetzt ja wir verlieren einen kontrollpunkt eroberung boah geht das hier ab rebelle vorraus ach mensch ey das ist doch alles geraget ergerächt ergerächt sehr schön orbitalangriff achte und weg ich hab er erwischt der orbital ja der orinal orinal schlag oh ich werde hier nur noch gekillt ich hab dich gerächt der last waiter der last partner start hallo hallo ah der wirkt den grad für ein bisschen geil da kriege ich einen assistent kill ist cool ja ich hab noch welche gut gekillt ja ich weiß nicht was ich sagen soll außer dass ein 10 sekunder spiel vorbei ist ja wirklich mal ganz gut darstellen wir haben auch einen 30 minuten part liebe freunde also wird auf jeden fall ein längerer part und dann im nächsten part geht es auf jeden fall in einen anderen modus oh Gott sei dank alter schwede aber cool 11 ja 23 kills 15 oh doch gut wahnsinn 23 kills ging ging heute ging ging ja war ein guter part war auf jeden fall war ein gemetzelter part ja dann mach ich es kurz so schmerzlos ich bin aber dran echt? achso ja dann ja das würde ich nämlich ich mache mich auch kurz so schmerzlos und zwar kanalbeschreibung sind alle kanäle von jedem kanal wo das jetzt hier läuft und da draufklicken ein abo geben oder ein daumen nach oben oder ein like geben oder ein kommentar unten drunter wäre auch super geil und ja da würde ich sagen sehen wir uns im nächsten part bis dahin ciao ciao